Herzlich Willkommen zu diesem Video, mein Name ist Nick Geglinger und wir sprechen jetzt darüber, warum du ohne Mentor auf keinen Fall erfolgreich sein wirst. Obwohl ich selber Schulabbrecher bin, habe ich letztens erst wieder 15.000 Euro in einen neuen Mentor investiert. Um genau zu sein, sogar 30.000, denn drei Monate zuvor habe ich nochmal 15.000 Euro in ihn investiert gehabt. Der Grund dafür ist ganz einfach, denn wenn du so naiv bist zu glauben, dass du dein eigenes Geschäft aufbauen und starten kannst, ohne Hilfe zu kriegen von außen, vor allem von Menschen, die weiter sind als du, dann wird dir einfach nicht zu helfen sein. Was passiert? Du kommst auf diese Welt und du bist komplett ein weißes, leeres Blatt. Nichts ist da drauf. Wer sind deine ersten Mentoren? Deine Eltern. Wer sind deine weiteren Mentoren? Deine Großeltern, Geschwister, sonst wer. Alles, was sie dir zeigen, alles, was sie reden, nimmst du auf, nimmst du wahr, speicherst du ab und setzt das um. Monkey see, monkey do. Relativ einfach. Du kommst in den Kindergarten, dort lernst du andere Kinder kennen. Du schaust dir an, was die machen, wie sie reden, was sie tun, was sie machen. Dann hast du dort Erzieher, genau das Gleiche. Die bringen dir bei, mit Messer und Gabel zu essen. Die zeigen dir gleichzeitig, wie du dich sozial verhältst in Gruppen, wie du dort mit denen umgehst. Dann kommst du in die Schule, hast einen Lehrer, der bringt dir was bei. Hast mehrere Lehrer für verschiedene Fächer und arbeitest dich so hoch von Jahr zu Jahr. Dann gehst du vielleicht an die Uni, hast dort einen Dozenten, dann machst du eine Ausbildung, hast dort einen Ausbilder in dem Sinne. Und das baut alles darauf auf, dass das Mentoren sind. Alle Menschen da draußen sind Mentoren für uns. Wir können von allen was lernen über die verschiedensten Bereiche. Das heißt, es ist total naiv zu glauben, man kann jetzt sein eigenes Geschäft starten und einfach so vorgehen wie davor, nur ohne jemanden zu haben, von dem man lernt. Jetzt musst du dir überlegen, die Hälfte deines Lebens davor hast du damit verbracht, von anderen Menschen die Hälfte deines Tages zu lernen. Die Hälfte deines Tages saßt du in der Schule, in der Uni, irgendwo in der Ausbildung oder sonst wo und hast gelernt. So, und jetzt kommst du raus und sagst, ich starte ein eigenes Business und ich mach einfach mal. Naja, was machst du einfach mal? Und ja, Bücher sind super, Hörbücher sind top, Podcasts sind auch geil, YouTube-Videos, Bombe. Und das ist geiler Input, den du lernen kannst, das sind Top-Mentoren, von denen du was mitnehmen kannst. Genauso auch die Videos, die wir hier beispielsweise gerade machen, die ich mit dir teile. Das ist alles super, um für dich wirklich was Geiles rauszuholen. Aber trotzdem brauchst du Hands-on-Menschen, die dir Aufgaben geben, die Erfahrungen teilen, die deine individuellen Fragen beantworten, die dir in den Arsch treten, wenn du nicht mehr weiter weißt, ja. Die dir aufzeigen, wo es für dich hingeht, die dir so ein Status-Update einfach geben und gleichzeitig dir auch aufzeigen, was du sonst noch machen kannst und wo deine blinden Flecken sind, die du davor nicht gesehen hast. Und umso mehr du investierst, vor allem auch in die richtigen, geilen, passenden Mentoren und das erfährst du erst, wenn du mal ein paar ausprobiert hast. Es ist ganz egal, wer dein Mentor ist oder sowas, du kannst von allen Menschen was lernen für die verschiedensten Bereiche, aber früher oder später wirst du so zwei, drei haben, mit denen du dich super verstehst, wo einfach alles immer passt und denen du am meisten vertraust und die auch die meiste Hebelwirkung für dich haben. Das heißt, alles, was sie dir sagen und was du mit denen machst, hat den größten Effekt für dich. Nichtsdestotrotz aber ist es bei mir so, obwohl ich meine zwei Standard-Mentoren habe, die mich seit Jahren begleiten und denen ich auch immer mehr und mehr Geld bezahle, weil die immer mehr und mehr mit mir machen und mich einführen in bestimmte Sachen, habe ich trotzdem noch andere Mentoren, wo ich tausende Euros ausgebe, um auf deren Seminare zu gehen, um Coachings zu kaufen, von denen Beratung einzukaufen, damit ich schneller und einfacher nach vorne komme, weil ich keine Lust habe, Zeit zu verschwenden und keine Lust habe, tausendmal rumzuprobieren und dann auf irgendwas zurückzugucken und mir zu denken, okay, jetzt saß ich ein ganzes Jahr lang da dran und das ist daraus geworden und jetzt weiß ich es besser, aber hätte ich doch mal davor jemanden gehabt, der mir gleich von Anfang an sagt, der das schon durch hat, er nickt, das wird so nicht aufgehen. So, weil es gibt schon Menschen, die sind deinen Weg gegangen und unser gesamtes Leben baut darauf auf, Erfahrungen zu sammeln und diese Erfahrungen mit anderen Menschen zu teilen. Und genau aus diesem Grund ist es wichtig, bevor du selber zum Mentor wirst in einem bestimmten Bereich, dir Mentoren zu holen, zu wachsen, die Dinge selber umzusetzen, dort Erfolge zu verbuchen und dann die nächsten Schritte zu gehen und dann natürlich auch dein Wissen weiterzugeben an andere, ein Mentor, eine Leitfigur und ein Leitbild für andere zu sein, egal ob es deine Mitarbeiter sind, ob es nachher irgendwie Freunde von dir sind, deine Familienmitglieder sind oder ob es Coachingkunden von dir sind oder generell deine Kunden sind. Es ist verdammt wichtig, denn ohne Mentor werden wir niemals erfolgreich, egal was wir machen, ob es im Fußball ist, ob es in der Schule ist oder in der Arbeit. Und in dem Sinne, such dir einen Mentor, nicht nur einen, im besten Fall zwei oder drei, je nachdem in welchen Bereichen du unterwegs bist, hör auf diese Menschen, setz das um, was sie dir sagen, nimm den Input mit und du wirst massive, massive Fortschritte machen und vor allem auch merken, wie das richtiger Zinseszinseffekt wird, der aufeinander einzahlt und du von Monat zu Monat, von Jahr zu Jahr immer krassere Erfolge erzielst, mit weniger Einsatz als vorher, einfach aus dem Hintergrund, weil du schneller gewachsen bist und weiter nach vorne gekommen bist und das unter anderem dank deiner Mentoren. In dem Sinne, check den Link unten in der Beschreibung aus, wo es unser brandneues Online-Training geht, darum, wie du dein eigenes Business starten kannst mit Social Media. Wenn dir das Video gefallen hat, dann lass den ganzen Daumen nach oben da, teile mir deine Meinung dazu in den Kommentaren, wer sind deine Mentoren, von wem lernst du am liebsten, was guckst du dir am liebsten an und abonniere den Kanal, falls du das noch nicht gemacht hast und aktive die Glocke, damit du auf keinen Fall irgendein Video in Zukunft verpasst. Ich freue mich darauf, dich im nächsten Video zu sehen, das war es von mir, dein Nick, bis dann, ciao.